Servus, ich bin der Leon, Sportgerätefachkraft bei Intersport und ich sorge dafür, dass die Radeln, die was reingeschoben werden, in Top-Schuss wieder rausfahren. Meine Aufgaben sind Montage, Service und Wartungsarbeiten und oder mal Luftpumpen. Und das ist für die Fitness. Also das Sortiment ist echt riesig und zum Lernen gibt es immer viel und vor allem viel Neiges. Und ich schaue in der Werkstatt natürlich, dass immer alles ins Rollen kommt. Ja, so ein Fahrrad ist schon ein sensibles Gerät. Man braucht auf jeden Fall Geduld und ein Fingerspitzengefühl. Nicht zu grob, nicht zu sanft. Ins Rollen kommt. Geht doch. Ja, das Fingerspitzengefühl brauchst du auf jeden Fall auch bei den Kunden. Ich freue mich, wenn ich den Kunden eine gute Beratung geben kann und er ihnen das zeigen kann, nachdem sie wirklich gesucht haben. Ja, manchmal muss ich ihnen einen leichten, wann nicht sogar einen gescheiten Schubser nach vorne auch geben. Wenn du dich am Ende des Tages traust, auf das Radl aufzusteigen, das du zusammengebaut hast, dann ist es auf jeden Fall der richtige Weg. Wenn du deinen Beruf gescheit machst, gibt es bald keine Autos mehr. Nur mehr Radeln. Hoffe ich zumindest. Ja, stumm, geht schon, nu. Ja, stumm, geht schon. Ja, stumm, geht schon. Ja, stumm, geht schon. Ja, stumm, geht schon. Ja, stumm, geht schon.